Heyo Pinguin und damit herzlich willkommen zurück zu Better Minecraft. Und zwar in der letzten Folge haben wir ja dieses wunderschöne Haus hier gebaut. Ich habe einfach auf Screen ein bisschen weitergebroht. Ich habe hier... Hier ist mein Tool. Wenn man hier dann weitergeht, ist hier Workbench und Ofen. Hier kommt dann Angel hin und beachtet das bitte nicht, ja. Ähm, wenn man hier dann weitergeht, ist hier super sicher, falls man... Also... Ja, ne? Hier ist dann... Wollte ich mein Schlafzimmer hinbauen. Und ich habe die Treppe jetzt doch hier an den Rand gesetzt. Weil... Ja, einfach so. Und hier runter wollte ich dann einen Keller bauen. Also wenn man hier runter geht, geht es in einen Keller und in eine Höhle. Und zwar ist, ähm, das hier jetzt mein Kistenlager. Hier ist Naturholz. Hier ist dieses Maple Lock. Hier wird, glaube ich, dann ist hier einfach Natur... Ja. Hier ist Essen. Also auf der Seite wollte ich alles, was mit Natur und so zu tun hat. Und hier so Rüstung, Waffen und Tools und so und Zeug. Und in der Folge habe ich einfach vor, ähm, hier den Keller einfach gebauen. Ja. Und... Und... Und ein bisschen meinen gehen. Also... Ich hatte es einfach gebauen. Hatte Lust, ich denke, ich verkleide dann hier die ganzen Sachen dann auch noch mit Holz. Also, äh, hab ich, ja, hier hab ich, der ist aber nicht mehr so spieler. Hm. Und, äh, dann hier die, äh, Plank hatte ich dann vor vier ganz Monate, das dann so als Kleidung. Ich sag, ich hab's mal so, wenn, dann, wo ist dann halt, und... Ich hoffe, also, keine Sorge, dass... Ähm, mach ich gleich noch weg und mach mich hier erst mal wieder. Ja. Ich brauche auf jeden Fall noch mehr, äh, von dem Holz, weil, ja, ansonsten, mich halt nicht weiter runterbauen. Ich hoffe auch, dass irgendwas, wenn ich, äh, dort runterbauen, äh, eine Höhle rum, weil dann, ja, wäre... Ich, ähm, wenn ich, äh, ich hatte vor, hier irgendwie so ein Metaportal runterzumachen oder vielleicht auch ein Full-Enchanter. Aber ja, ich prob erst mal so, was passiert. Und ich hab mal ne Frage an euch. Habt vor, vielleicht mein Profilbild zu ändern, und zwar auf mein Minecraft-Brin. Also ich blende hier erst mal das Alte ein, und dann, was ich vorhabe, vielleicht, äh, als Profilbild zu machen. Und sagt mal eure Meinung, welches von den beiden findet ihr besser? Und, falls euch das Neue besser gefällt, äh, wie soll ich das da machen? Also, so, dass man halt nur den Kopf sieht, oder auch, oder halt, äh, nur den Kopf sieht, halt nicht, dass es dann da runterkommt. Schreibt einfach gerne mal eure Meinung in die Kommentare, weil umfragen gibt's ja leider nicht mehr. Ja, ja, mach das einfach bitte, wäre sehr nett. Ich hab da bis da zu liegen gefunden, das ist sehr gut, weil ich das brauchen werde. No. Ich hab eine Höhle gefunden. Das sieht cool aus. Ich nehm' ja hier, ich, ich, ich brauch' mir das einfach mal. Wer weiß, vielleicht kann man das hier mal irgendwann benutzen, aber ich liebe diese Blöcke jetzt. Noch so'n cooler Block. Hallo, Spillett. Wer wohnt die Spielzeuge denn? Aber hiervon nehm' ich mir auch noch mal ein bisschen mit. Die Holzschrufel kommt weg. Wo sieht das geil aus? Ich glaub' ich hol' mir einfach eben Iron Peake. Zack. Zack. Iron Peake. Isn't it Iron Peake? Wenn ich wieder... Wo war jetzt noch ein bisschen Fett? Das ist mir irgendwo? Und hier auf der anderen Seite. Ja. Ein Brimmer-Red-Zone. das war nicht geplant ich wollte wissen was das ist das ist raw silver diamanten das wollte ich zwar nur 2 aber hey besser als nix hier ist noch mal silber ich muss mich erschrocken so und jetzt kümmere ich mich um dich ist tot dass man was daraus brauchbares machen kann gold kann ich auch mitnehmen wenn ich schon mal hier bin das gute ist hier die amatisten die machen auch so licht hier sind die original amatisten hier wie wochen denn nur einer war habe ich nicht den anderen gesehen oder habe ich den gesehen es kann man immer gut gebrauchen achtet mich einfach gar nicht ja halt schrecklich doch nicht das ist das mach nicht das eisen kaputt hier ist noch mal und dann sehe ich ab und zu ein bisschen wieder mehr ich habe ihn nicht gesehen den creeper ich habe doch geblockt habe ich ich brauche nämlich ob sie die 1 und hier das meinte ich sind auch meistens diamanten ich gehe mal auf die andere seite weil das ist ein und heute was sind das nicht worden glück ich möchte hier nicht sein worden falls du kommst du lässt mich in ruhe oder wir sind doch so gut befreundet ich habe auch egal ich das was war das Hallo? Ich habe Angst. Hier war ich doch noch nicht, dass es noch klar ist. Es wäre sehr lieb, wenn noch mal Kai Diamanten kommen könnte. Aber ich möchte gerne raus, weil auch nichts mehr so essen, eine Föder. Lol. Nein, das ist nicht das, was ich denke, was ist es, oder? Okay, Leute, das ist... Das ist einfach die Untergrundhöhle. Hallo, Alexa. Also, das ist unser Untergrund. Ich bin da, Jungs. Oh mein Gott, endlich bin ich wieder oben. Es ist so Ewigkeiten gedauert. Hier noch Essen drin. Aber damit würde ich sagen, das ist das mit dem Video-Pinguin. Ich hoffe, euch hat allen das Video gefallen, die kleine Mining-Tour. Und damit verabschiede ich mich hier auf meinem Schulsaal. Ciao. 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 Ciao.